Gerade reingeholt aus dem Welpenauslauf. Und hier ist die totale Randale. Das ist jetzt immer das abendliche Ritual. Den frisch sauber gemachten und aufgeräumten Welpenauslauf im Haus innerhalb von Minuten zu verwüsten. Schlimm sind die. Guck dir das hier an. Und der Dex muss drüber gucken. Und in mehrere fünf Minuten. Und der Dex muss drüber gucken. Und der Dex muss drüber gucken. Und der Dex muss drüber gucken.